ich grüße euch leute und herzlich willkommen zu einer neuen ausgabe mit wwe champions leute ich möchte die gelegenheit hier nutzen und ja wirklich heute mal eher so informativ so ein kleines bisschen unterwegs sein der videotitel verrät ist ja bereits soll um ein neues facebook projekt gehen und des weiteren ja um die ergebnisse der players choice jungen wo ich auch mit dabei war wo ich was gemacht habe wo wirklich geiler schlüssel passiert das möchte ich natürlich gerne daran teilhaben lassen was da so los war aber leute ich würde sagen kommen wir erst mal zu dem für mich doch wichtigsten nämlich zu der geschichte mit facebook so leute da sind wir auf der facebook seite gelandet nämlich auf der neuen facebook seite der offiziellen seite wwe champions germany im link dazu findet ihr jetzt immer in den champions videos unten unten in der video beschreibung so auch jetzt und wenn ihr die seite halt so sucht wie wie gesagt wwe champions germany habt ihr einmal eine gruppe werdet ihr da finden da könnt ihr natürlich auch gerne mal vorbeischauen und mit den jungs dort ein bisschen schnacken und ein bisschen rumklönen oder dann findet ihr natürlich auch noch diese like seite so möchte ich jetzt mal eher nennen die wwe champions germany seite ja leute was ja worum geht es da jetzt eigentlich bei dieser seite und zwar mein teamchef von die generation ex der gute dilla in zusammenarbeit mit dem davidu mit dem seppo und mit mir oder sebo heißt es ist jetzt auch egal ich hoffe ich habe es richtig ausgesprochen sebo war es global gewesen und meine wenigkeit haben dann jetzt auf gut deutsch werden jetzt gemeinsam hier diese wwe champions germany seite betreuen wo ihr infos bezüglich wwe champions die ganze zeit bekommen könnt was ist wichtig zu erwähnen hier an der stelle wir gehen vielleicht mal ganz kurz hier ein bisschen hoch und runter ihr werdet hier immer wieder ja beiträge finden bezüglich aktueller events die laufe wichtig an der stelle ist halt wirklich zu erwähnen dass das wirklich auf deutsch alles ist mich erreichen auch immer sehr sehr viele fragen wenn wwe champions ihre blog beiträge halt zu machen die sind halt immer auf englisch dass das manche nicht immer so richtig verstehen oder denen danach halt nicht so richtig schlüssig ist mensch was sollen sie denn eigentlich machen und ich sage mal da ist dann halt dieser post wirklich sehr wichtig info wir arbeiten bereits daran den blog auf deutsch verfügbar zu machen es ist wirklich das ziel und das wird jetzt auch in naher zukunft soweit sein dass der wwe champions blog den ihr halt alle kennt dass der auf dieser seite jetzt auch bald immer auf deutsch für euch zur verfügung gestellt wird und ich hoffe so dass dann auch die events und sowas wenn neue monats events angekündigt werden neue superstars oder wie jetzig kürzlich mit dem showdown event um kent shamrock dass ihr da wirklich dann auf dem stand seid und das dann wirklich für jeden von euch verständlich ist die halt dann wirklich aufgrund der englischen sprache da so eine kleine schwelle haben so eine hemschwelle haben und das halt einfach nicht so richtig verstehen was vollkommen legitim ist was vollkommen okay ist und das ist ja schließlich der grund warum so eine seite ins leben gerufen wird damit euch da halt auch ein kleines bisschen geholfen wird darüber hinaus sollen da natürlich auch gerne diskussionen gespräche entstehen das ist auch wirklich wirklich wie der name schon sagt es ist für die gesamte wwe champions community in deutschland gedacht diese seite dass wir dort alle wirklichen informations austausch pflegen können diskussionen pflegen können gemeinsam das spiel erleben können und gemeinsam als community natürlich noch viel viel mehr spaß mit diesem spiel haben können liegt mir wirklich am herzen wie gesagt unten in der video beschreibung werdet ihr jetzt in den champions videos immer wieder den link zu dieser seite finden würde mich mega freuen wenn ich euch dort sehen würde wir dort ein bisschen schnacken können und ihr natürlich dort wirklich die brandheißen news immer wieder kriegen können hier waren wirklich die anfänge schon gemacht auch bezüglich dieses community updates was war machen die jungs sich wirklich die arbeit dass dann wirklich damit ihr nichts mehr verpasst damit ihr dort das auf deutsch vor allem auch seht was da jetzt hier los ist und wie gesagt schaut da wirklich gerne mal vorbei jetzt auch hier mit dem kern jamrock event was da los ist wie gesagt wwe champions germany link unten in der video beschreibung würde ich mich mega drüber freuen wenn ich euch dort sehen würde so haben wir jetzt quasi den eigenwerbungspart möchte ich ja gar mal nennen hinter uns gebracht jetzt möchte ich mit euch natürlich drüber reden was jetzt so bei champions im spiel so persönlich für mich so passiert ist weil das war nämlich wirklich einfach nur mega krass gewesen ihr habt ja mitgekriegt wir hatten ja in jüngster vergangenheit diese players choice loot diese ziehungen halt gehabt ich habe da halt auch zugeschlagen gehabt nachdem ich gesehen habe dass wirklich viele in der community da wirklich richtig geilen scheiß geholt haben das ging ja halt wie gesagt habe drei sterne bronze los diese ziehungen und ich habe mir dann auch irgendwann gedacht also ja komm guckst du mal rein weil wie gesagt für die splitter lohnt sich es allemal es werden ordentlich fusionen dabei rumspringen weil da war ja wirklich die creme de la creme des spiels war ja wirklich da drin die man dort halt wirklich ziehen konnte und ich habe wirklich so viele gesehen die dort Luke Harper gezogen haben die Ricochet gezogen haben und was weiß denn ich nicht alles und habe mir gesagt komm da guckst du auch mal rein wenn nicht jetzt wann dann ich habe das wie gesagt nicht aufgenommen weil ich mir wirklich sage bei so einen geschichten wo es halt wirklich hier drum geht soll wirklich jeder selber entscheiden ich möchte das dann auch jetzt nicht ja euch jetzt in dem sinne großartig dazu animieren und ermutigen zu sagen dass ihr das auch machen sollt das soll wirklich im endeffekt jeder selber entscheiden und das halt wirklich an seinem spielerlebnis wie er das spiel halt genießt halt anpasst und es muss wie gesagt jeder selber entscheiden ich persönlich habe mir gesagt okay ich greife an ich habe zweimal so eine zwanzerziehung gemacht ja ordentlich ne müssen wir nicht drüber reden aber ich habe in dem punkt wirklich dieses mal schwein gehabt und da ist für mich wirklich ordentlich was mit bei rumgekommen ich kann es ja jetzt schon mal sagen drei neue superstars sind für mich mit bei rumgekommen und die haben es wirklich in sich ich möchte jedoch erst mal ganz kurz mit euch ja in die poster reingehen und zwar was ich da so als upgrades dort so gezogen habe wie gesagt es ging halt los ab drei sterne bronze und da ist wirklich ein bisschen was mit bei rumgekommen seht ihr erst mal bei mir herrscht auch totale poster flaut das ist echt der wahnsinn so wir gehen mal ganz kurz durch und zwar habe ich die gute alexa bliss auf drei sterne silber gezogen ziemlich cool die dümpelt bei mir so auf zwei sterne gold rum habe auch jede menge splitter für sie deshalb cool jetzt drei sterne silber kann ich meine splitter reinhauen und dann habe ich auf jeden fall nur adäquaten die super star ist doch ziemlich cool selbiges gilt für asca auch mega drüber gefreut drei sterne silber fusion jetzt hier am start brettelt man hat eine drei sterne silber funktion der ist für mich jetzt nicht so mega interessant aber nimmt man natürlich richtig gerne mit dann doink habe ich mir auch mega drüber gefreut eine drei sterne fusion vor allem sehr interessant weil ich den ja auch vier sterne schon habe und das darf für das nächste talent ab event natürlich auch ordentlich punkte dadurch schon bei rum kommen werden dann für finn baylor den demon auf drei sterne bronze fusion das nimmt man halt so mit selbiges gilt für jake the snake roberts für den ich im allgemeinen sehr viele splitter gekriegt habe übrigens auch für jim the anvil knight hart habe ich jetzt über 1000 splitter was richtig geil ist weil ich ihn bei den strikern eh noch ein bisschen weiter pushen wollte dann noch eine fusion für den guten carl anderson dann was auch mega interessant ist sage ich ganz ehrlich für the face of the american ihr wisst schon kevin owns die variante der wirklich nicht schlecht ist sage ich ganz ehrlich habe ich mich auch sehr drüber gefreut nehme ich sowas von mit und natürlich richtig nice das war auch so ein kleines highlight aus dieser erziehung gewesen nämlich eine fusion für vince mcmahon den chairman auf drei sterne silber brachial guter superstar gerade hierfür die attitude era drei sterne silber fusion endlich ist es soweit nämlich sowas von gerne mit naja jacks nehmen die fusion mit auf drei silber für den guten roman reigns auf drei bronze vollkommen cool den habe ich ja auch so auf zwei gold immer gehabt jetzt und auch haufen splitter natürlich für ihn da die kommen dann endlich zum zuge wenn halt auf drei sterne fusioniert dann die splitter rein ist doch alles tutti frutti mache ich doch richtig gerne und das ist in den selben schuh in dieselbe schublade kann man auch den guten tatty biasi million dollar man hinzufügen dass ich da dann jetzt meinen splitter dann auch mal bei ihm reinstecken kann ja die geschichte leute jetzt möchte ich mit euch darüber reden was ist denn eigentlich jetzt so an neuen superstars bei rumgekommen und wir sind dann jetzt hier eigentlich schon bei der richtig krassen nummer nämlich ihr seht es hier direkt schon ich hatte tatsächlich akam the authors of pain meinen letzten fehlenden mp trainer drin gehabt für die gelben manöver und ich sag ganz ehrlich dass ich ihn hingezogen habe das wird mein spiel doch schon ziemlich ändern jetzt und ich sag auch ganz ehrlich durch die superstars die ich gekriegt habe eine komplett neue motivation jetzt hier gerade bei mir am start da wirklich gas zu geben und wie gesagt endlich ist er da zum beispiel hier für meinen striker sting endlich ist akam da so wird er jetzt halt noch gefährlicher und ich hatte ja die idee gehabt stinger auf 4 gold zu machen und dann auch auf mir fehlt akam lohnt sich das diese diskussion kann man dadurch jetzt an acta legen weil akam da ist kann man jetzt auch ruhigen getrost jetzt wirklich den stinger hochziehen oder für meinen vier gold für den dead man undertaker akam endlich kann ich ihn auch mal gelb gelb ähm violett spiel mega geil mega geil also wie gesagt endlich am start richtig cool und nämlich sowas von mit und habe ich mich wirklich ein zweites loch in den arsch gefreut sage ich euch ganz ehrlich das war einfach nur mega gewesen so ich will hier aber mal andersrum ganz kurz gehen wir sind jetzt hier bei den strikern das war auch richtig krass was hier passiert ist ihr seht es hier schon leute und zwar kevin nash big kev ähm gezogen gehabt das ist wirklich eine richtige ziehung gewesen wo du einfach mega schwein hattest natürlich richtig gut endlich ihn von den nwo superstars hier am start zu haben die es damals halt auch im rahmen des events mit scott hall und dem macho man gab wo mir wo ich halt auch keinen hatte und jetzt so durch kevin nash big kev natürlich unter den striker eine mega waffe kann ich mein glück ehrlich gesagt immer noch nicht glauben dass ich wirklich an ihn gezogen habe weil es wirklich einfach überragend Freue mich auch schon sehr darüber Gürtel für ihn dann mal wieder ich hoffe ich habe nämlich jetzt keinen guten seltenen mehr hoffe ich dass da jetzt noch einer bei rumspringt weil ihm würde ich wirklich gern noch einen schönen gürtel verpassen oder mal gucken ob er dann den bekommen wird den sag schon den rick flair gerade hat der hat ja noch einen epischen um dass ich denen dann den guten big kev geben werde weil auf jeden fall kevin nash wird sowas von hochgezogen ich denke mal da steht ja wohl mal außer frage wird natürlich alles dauern seine zeit und so gerade mit akim der ja auch noch mit am start ist Deshalb alles zu seiner zeit aber rennt mir nicht weg er ist im roster und das ist allein schon einfach klasse So und dann kommen wir auch schon zur nächsten kategorie den akrobaten leute ich sag's ganz ehrlich konnte meinen augen nicht trauen ich konnte meinen augen nicht trauen Was ich gesehen habe was ich dort gezogen habe Baff ich war baff ich war baff gewesen habe tatsächlich das mega schweigen gehabt und habe jimmy usso auf vier sterne bronze gezogen wahnsinn wenn ich mir überlegen die überlege diese ganzen Charakter diese diese reviews zu bestimmten superstars wo ich immer wieder gesagt habe aber wäre so cool wenn ich jetzt in jimmy usso hätte für den seiner trainer fähigkeit halt bei violetten manövern halt mehr juwelen zu zerstören wenn das manöver das halt sagt Wahnsinn jimmy usso in allgemeinung von den manövern her natürlichen brachial guter akrobat Jetzt ist dann natürlich stehe ich wieder in der büt ne jetzt muss ich matt hardy der ja auch noch nicht gemacht ist bei mir muss ich auch noch hochziehen auf seine fünftausender Talentpunkte selbiges gilt dann natürlich für a cam Dass da die trainer basis erst mal stimmt gut a cam ist jetzt für jimmy usso nicht wichtig aber halt auf jeden fall matt hardy Und solange der nicht ist brauche ich auch jimmy usso jetzt nicht groß noch hochziehen Weil dadurch wird er halt erst mal richtig gut wenn es dann einfach mal heißt aus mal drei wird mal fünf Boah das ist einfach mal irre aber jimmy usso im roster das ist krass das ist so krass ich sag's ganz ehrlich klar hier Müssen wir nicht drüber reden ordentlich gewesen aber was dabei rumgekommen ist es war zu dem richtigen zeitpunkt gewesen und dann natürlich auch mit dem gewissen Quäntchen glück ich weiß dass viele unter euch Habe ich ja auch mitgekriegt da nicht so ein glück hatten und so aber wie gesagt die haben dann vielleicht mal eine sex erziehung versucht Und hatten da jetzt nicht so viel glück man muss ja so sehen bei mir waren es insgesamt 40 Und 46 sogar weil ich in dem ich noch dollars übrig hatte 46 waren es gewesen und da ist das dann halt bei rumgekommen Und das ist dann natürlich schon ein bisschen eine andere Ja klasse sage ich jetzt mal kragenweite weil halt einfach mehr versuche da waren und da ist natürlich die chance ein bisschen höher Dass da was gutes mit bei rumkommen also wie gesagt als neue superstars Und halt jimmy usso einfach irre ich habe es vorhin gerade schon so gesagt gehabt es ist wirklich jetzt so viel spielgeschehen jetzt bei mir eine ganz andere Motivation die da jetzt am start ist wenn da wirklich so eine superstars dazu kommen Wirklich das ziel die jetzt hoch zu ziehen Und ich hatte nämlich auch überlegt Wenn wir jetzt hier eh so gerade so beim schnacken sind dass ich hier nämlich den guten wick flair Nämlich weiter hoch ziehe Der jetzt hier in diesem attitude event ist aber ihr wisst ja selber wie es gerade ist hier mit Coins und poster und so du musst halt wirklich zweimal überlegen wie du das jetzt machst Und werde denke ich mal bei dem guten wick flair dann jetzt nix weiter reinbuttern und nutze das dann lieber für die neuen baustellen Plus die alten baustellen wie zum beispiel bei meinem zombie owns Äh zombie owns sag ich schon äh zombie steve orston wo den ich ja auch beim zombie event dann endlich mal gekriegt hatte Mega nice gewesen dass das bei ihm dann endlich mal nach vorne geht wenigstens jetzt die coins reinbuttern Ihr seht die vier sterne goldmarken fehlen ähm wegen einer anderen geschichte die ihr vielleicht nämlich auch noch nicht wisst Ja ich sag mal die findigen zuschauer unter euch haben es ja bei dem overlay schon mitgekriegt dass der gute Kevin Nash hat ähm den undertaker abgelöst bei mir was der beste superstar im roster angeht Kevin Nash ähm im letzten coin evolution event auf vier sterne gold hochgegangen und echt genial Ähm ist einer der superstars die auf vier sterne gold auch nochmal einen schönen push kriegen Nämlich sonst hast du bei vielen superstars auf vier gold wenn du bei dem manöver dann nochmal das eene level dann halt dazu gibst Dass sich bis auf den schaden jetzt nix weiter ändern Bei Kevin Nash ist allerdings das coole dass halt wie hier zum beispiel Dass du halt wirklich es geht dann los du kannst halt wirklich ein juwel wird mehr zu spalten abräumen oder hier auch Ein juwel wird mehr zu spalten abräumen oder wenn es hier rein pusht du kannst halt dann hier fünf äh ich meine sechs anstatt fünf auswählen Gibt nicht jeder Vier sterne gold superstar mit sich aber bei einem Kevin Nash ist es zum beispiel so Und ja Nicht umsonst Ich bin so froh dass ich ihn hochgezogen habe und dann bin ich wirklich wieder dabei leute Ähm mit den gürteln mit den titeln ich habe mittlerweile so meinen spaß dran gefunden Ähm zu taktieren mit den gürteln mit den plaketten mit den medaillen ihr wisst schon was ich meine dass Für die für die jeweiligen superstars die besten medaillen die ich habe rauszufinden und die halt bei denen auf die gürtel zu klatschen Ähm Auch was das expeditionszentrum angeht ja ich bin es uns gehen haufenweise Ähm sag schon Ähm Gesundheitspakete flöten weil wir natürlich nicht mehr so viele Ähm expeditionen halt haben was dafür jetzt halt in frage kommt sondern dass halt sehr viele gürtel expeditionen da sind Aber was da halt auch das coole ist ähm man muss halt immer das nehmen was kommt ich sag's immer wieder bei champions Und du hast dort auch viele äh expeditionen wo du halt auch gürtel für new generation superstar kriegst wo du ein gürtel für modern era superstar kriegst Und da bin ich zurzeit dran dass es da wirklich ein bisschen nach vorne geht Leider noch nicht so richtig für die was gekriegt wo ich richtig bock drauf habe Aber ich habe da wirklich meinen spaß dran und mein interesse ist da geweckt Worden Und ähm was bei kevin nash ähm habe ich mir zum beispiel auch dazu entschieden das so ein bisschen umzuschwenken Ich habe da jetzt nämlich ähm als Sag schon set bonus mich jetzt für den gesundheitspunkte boost entschieden Lasst euch vielleicht nicht verirren wenn hier steht erhöht die superstar gesundheitspunkte um 20 Da fehlt das prozentzeichen leute also es wird um 20 prozent erhöht Und wenn wir dann jetzt wie hier bei kevin nash bei einem vier sterne gold superstar sind die eh schon sehr viele gesundheitspunkte mit sich bringen Und da 20 prozent noch drauf buttern ist einfach mega krass leute Stellt euch mal vor ihr würdet das bei einem vier sterne gold show board machen die so schon übelst viele gesundheitspunkte haben Und dann nochmal 20 prozent drauf wie gesagt leute das ist ein fünftel das ist nicht zu verachten Und dann halt durch den gürtel der macht hier auch nochmal warte mal hier waren drei prozent juwem verteidigung Aber bei irgendeiner medaille wie gesagt ich habe mich durchgefuchst Und da war hier auch noch eine gewesen hier gesundheitserhöhung bringt die ohr noch mal mit um 3,2 prozent die in Die ich hier habe und da bin ich ja schon bei 23 prozent also quasi fast ein viertel mehr gesundheit was da jetzt hier nur dieser gürtel mit sich gebracht hat Und ich zeige euch das jetzt wirklich mal hier in zahlen ganz kurz damit ich will euch wirklich sensibilisieren Schweres wort was die gürtel angeht weil es halt wirklich was bringt Ich sage es euch ganz ehrlich ne Und wenn wir da jetzt hier zum beispiel mal gucken bei meinem kevin nash Der hat jetzt einfach mal gesundheitspunkte fast 500.000 Und der ist noch nicht komplett gelevelt ne Also der wird auf jeden fall die 500.000 knacken Und das finde ich ist schon enorm und macht sich im spielgeschehen sowas von bemerkbar Sowas von bemerkbar Also mit dieser juwelenverteidigung das war schon gut Dazu würde ich euch eigentlich jetzt so Rückwirkend betrachtet zu Zu den gürteln immer empfehlen dass ihr irgendwie den set bonus mit der juwelenverteidigung hinkriegt Und bei vier sterne gold superstars Aber natürlich auch schon bei vier sterne silber superstars Kann man auch sehr gerne mal darüber nachdenken Hier mit den gesundheitspunkte boost mit den 20 prozent da mal ein bisschen rumzuspielen und zu gucken Leute ihr seht selber 500.000 gesundheitspunkte Ist nicht zu verachten Hab auch schön der weg jetzt so gezockt Matches die mir noch gefehlt haben Um dort noch ein paar poster zu holen Und hab das eigentlich fast so zumindest wo es ging Mit kevin nash gemacht Mit den gesundheitspunkten Das ist echt einfach irre 500.000 Und wie gesagt jetzt stellt euch vor ihr habt auch vier gold Ein showboard Und dann nochmal die 20 prozent Holla Die waldfee sage ich dazu nur einfach Ja Leute soll es gewesen sein Wie gesagt mit der champions seite Mit der wwe champions germany seite Link wie gesagt unten in der video beschreibung Das war mir sehr wichtig gewesen Dass wir das hier mal zur sprache bringen Dass ihr dort halt gerne vorbeischauen könnt Um dort in zukunft eure infos zu holen Und ein bisschen zu schnacken mit uns allen Oder einfach zu schnacken Innerhalb der community Dafür ist die seite da Und dann wollte ich euch natürlich einfach Meine geniale ausbeute zeigen Aus dem players choice Wie gesagt schweiger Schweiger wie sau ne Mit ak Mit big cav Und jimmy uso auf vier sterne Und wenn du ihn auf vier sterne ziehst Alleine ist schon so geil Weil du kannst auch erstmal am anfang Wirklich nur die manöver hochziehen Die du unbedingt haben möchtest Und wenn du den dann mal Irgendwann noch vier silber machst Kannst du dann immer noch weiter gucken Ich denke mal vier silber Werde ich erstmal ricochet mache Und dann werde ich mich um jimmy kümmern Ja Krasse nummer Krasse nummer Ich kann es immer noch nie so richtig glauben Habe ich jetzt schon richtig oft gesagt Super gelaufen Gerade mp trader Endlich ist er da Endlich ist er da Aber leute Jetzt genug der worte Ihr wisst erstmal was phase ist bei mir Bei champions Was bei players choice so passiert ist Und wie gesagt Bei der champions seite Auf facebook gern vorbeischauen Link in der video beschreibung Und leute Ich wünsche euch noch Eine wunderschöne restwoche Und mir bleibt eigentlich Nichts Ich hab einen sprachfehler Wow Ich muss mich echt mal angewöhnen Zu cutten Und sowas hier Mit jump cuts Und so ein scheiß Ne bin ich aber nie der Freund von Leute Mir bleibt nichts anderes übrig Als zu sagen Keep on wrestling Und wir sehen uns In der nächsten ausgabe Macht's gut Ciao